schaden statt schlüssel sehr schön doppelmenschlichkeit und ein heimkehrknochen so das hätte ich nicht gedacht wo kamen wir jetzt her wir kamen von dahinten her wir haben hier noch zwei türen aber ich glaube die konnte man nicht öffnen ich versuche es trotzdem noch mal vielleicht kann man sie jetzt haben nur ein plus öffnen naja sind keine wirklichen türen dann geht es in die schadenstadt und in der schadenstadt müssen wir dann wieder ich habe ein deja vu müssen wir wieder ein leuchtfeuer suchen mit sehr vielen sehen im inventar hier ist auch nix okay also zurück zum händler wir haben keine flaschen es ist nicht gut also eigentlich müsste ich jetzt den heimkehrknochen benutzen und mit dem heimkehrknochen zurück die seelen ausgeben meine zauber umstellen dass wir zweimal heilung dabei haben und das ganze noch mal machen und diesmal dann halt richtig mit den richtigen zaubern mit dem richtigen ring angelegt und ohne kirk und ohne den priester und dann müssten wir schaffen uns wieder zurück zum händler durch zu kämpfen mit wesentlich mehr flaschen über das wäre sinnvolle plan ich bin jetzt am haaren ob ich den sinnvollen plan mache oder nicht weil das dauert wieder eine viertelstunde oder so nur mit vorbereitung das ist händler hochschleim jetzt peinlich wenn der uns tötet vom das leuchtfeuer hier drin war nicht so wirklich nah am anfang wenn ich mich recht erne alternativ das schlimmste was passiert ich gehe jetzt hier runter und sterb irgendwo dann bin ich wieder beim leuchtfeuer oben kann da meinen zauber richtig einstellen und laufe dann von da aus noch mal runter und hat eine recht gute chance runter zu kommen zu meiner leiche hier unten irgendwo also ja komm ich riskiere das mal und wenn es wirklich zu krass wird also wenn du noch zehn prozent lebenspunkte haben oder so kann ich immer noch ausporten und ich habe zu lange da ist es zwei gespielt ich weiß nicht mehr wie man schnell runter rutscht einfach gedrückt halten ja okay du gedrückt rutsch runter also ich glaube wir mussten gegen ein paar viecher kämpfen richtig ach du kacke hältst du richtig was aus äh ja und da hinten sind noch mehr gut nee das wird so nix wiegeln kann ich schnell nach hause ist aber sowas von wir sollten immer heimkehrknochen hier in der quickleiste haben gib mir heimkehrknochen so ja ich will nach hause mami 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 und so ausgeben aufsteigen beweglichkeit einmal dass wir den bogen endlich benutzen können und es gibt doch ganz gut resistenzen sehe ich gerade auf alles also stärke gibt zwar auch resistenzen aber nicht auf alles sondern ein paar sachen sind schon mal gut was jetzt noch mehr stärke damit wir irgendwann diese ganz tollen ganz schweren waffen benutzen können oder vitalität sieht eigentlich okay aus wir halten ein paar schläge aus auch von bossen also ja mehr stärke so wir brauchen 42.000 das kriegen wir hin wir benutzen einfach ein von denen etwas größeren seelen die helft mir maske ja das ist nur eine kleine seele ich weiß ich habe vergessen dass ich die hier rein tun muss da und da so nutz 42.000 müssen wir kommen das ist wirklich die aller allerbeste neuerungen daxos 2 dass man davon mehrere auf einmal benutzen kann willkommen so nicht auf 42.000 okay ausrüstung du die da die da das ist viel besser aus sicher ist aber noch ein falls es 42.000 605 aufsteigen und noch mal stärke ja so jetzt zauber einstellen kein blitzschweiß sondern heilung die ringe waren schon richtig das heißt wir kämpfen uns jetzt wieder durch durch das kanal dingens da durch an der moosfrau vorbei in die unterstadt durch die gesamte unterstadt bis zum händler unten und da gehen wir in die schandstadt das könnte jetzt eine weile dauern und ich sollte vorsichtig sein weil jeder schaden den ich bekommen ist weniger lebenspunkte die die ich in dem wichtigen gebiet habe also weg mit dir weg mit dir ratte ignoriert da lang oh ich könnte eigentlich auch den ring anlegen der lebenspunkte regeneriert wenn ich gegner töte weil die starben da brauchen wir hier nicht die brauchen wir primär bei boss kämpfen ich glaube das mache ich sogar mal du du gib mir den da davon haben wir leider noch keine bessere variante so das heißt jetzt können wir ruhig alles an trash töten solange wir halt mehr lebenspunkte bekommen als wir verlieren das ist eine herausforderung wobei so einen kleinen vieh zum beispiel könnte man gut machen hat man eben also wenn man genau hingeht auf die lebenspunkte leiste sieht man ja diese unterschiedlichen bubbles so drei die abschnitte da haben wir 1 2 3 4 5 6 7 8 1 halb von von den großen und innerhalb der großen gibt es nochmal unter abschnitte und ein gegner töten gibt ein unter abschnitt von einer so einer blase was okay ist würde ich sagen es gibt halt auch sehr viele mobs die wirklich sehr leicht zu töten sind was ist eigentlich mit sowas wie den ganz kleinen baby raten und dergleichen kriegen die dann auch lebenspunkte zurück und gleich bin ich voll sehr gut so muss das sein und ich habe da hinten loot übersehen der mag gar nicht ja ok eine billigseele wobei soldat war schon die zweite oder dritte stufe glaube ich also darum 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 kursch kursch oh du feuer mensch kick tot keine ahnung warum ich die immer zuerst kick oder öfters mal zuerst kick wahrscheinlich weil ich nach vorne drückt gerade zu dem zeitpunkt weil ich halt näher an sie ran will weil die keule doch eine nicht so große reichweite hat weg 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 so der koch ist auch nicht mehr da oder die köchin ist noch ein faktor dafür sorgt dass wir mehr flaschen unten ankommen werden weg so frage nehmen wir jetzt die vermeintliche abkürzung oder nicht ich weiß nämlich nicht inwiefern das wirkliche abkürzung ist na egal gehen wir runter springen wir dahin wir können diesmal die abkürzung in anführungszeichen nehmen mit dem runterrutschen wie da wo sind wir jetzt oh ich glaube wir sind bei kirk genau hier ist die kleine ratte hier sind die großen ratten und hier war kirk rot roll 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 und die kinder kommen jetzt alle runter mist lauf habe ich hier irgendwo eine mücke ja die flasche töte töte naja hoch die doofe ratte wir haben so einen sprungangriff der ganz schön garstig ist so und jetzt räumen wir das feld nochmal auf hallo du bei euch wollte ich eigentlich den zwei hat modus benutzen auch wenn er nicht immer hilft manchmal tut er es wechsel keine ratte keine ratte keine ratte eine mittlere ratte auch blut menschlichkeit sehr gut und wir sind beim händler das ging wirklich viel schneller also merke bei dem vermeintlichen rattenboss also erst mal bei der küche runterspringen dann beim vermeintlichen rattenboss die rutsche benutzen oder diesen abfluss eigentlich ja und dann ist man recht flott hier bei dem händler und kann vom händler aus nach unten gehen goody 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 so und jetzt hätten wir gerne wieder ein schild wohne hier hätten wir nicht gerne weil die viecher sind träge da kann man durch reine bewegungen schon die austricksen kannst du bitte mal genau runter rutschen nochmal runter rutschen könnten sie jetzt auch mit dem bogen mal an pullen jetzt wo der bogen auch sinn macht muss ich gleich mal testen müssen wir den jetzt hier so hinbekommen dass er haut genau dann können wir ihn hauen kann er hauen können wir daneben hauen und wenn wir gleich weiter nach hinten gehen fahren wir runter genau deswegen schild können wir dich treten irgendwie lässt er sich nicht so wirklich gut treten aber wir können alles von ihm blocken das ist schon mal sehr gut kick ne ok block block hauen warten 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 block hau hau weg ok geh aus dem weg haben wir hier unten in der konstruktion noch irgendwas wo man taktisch rauf springen könnte ne und stimmt eigentlich ich will gerade gar nicht taktisch irgendwo rauf springen und sachen finden wie da unten die loot sondern ich will nur wie beim ersten mal wo wir hier sind durch keinen zweiten pullen ich will nur durch und zum leuchtfeuer hau 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 strauchelt auch sehr gut hau 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 kleinvieh zeug so ich wollte ja mal testen ne jay 33 schadenspunkte nicht so wirklich berauschend aber du hast zwei pfeile in dir stecken das sieht schon mal cool aus wenn du nicht schon zig andere sachen in dir drin stecken hättest wenn du euch das mal anguckt ich glaube das ganz viele schwer klingen die abgebrochen sind in sich drin stecken hau auf den kampf konzentrieren gut eine heilung haben uns verdient schild wechseln jauch einsammeln und weiter durch kämpfen also warte mal die da hinten so gucken wir mal ob wir die einzelnen bekommen ding ja scheint zu klappen wusch 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 drei schläge für euch das könnte interessant werden zweihändig auch drei schläge das ist nicht ah diese kleinen gift spucker da hinten ich sehe dich geländes gesocks kann ich zu dir hin ja kann ich weg 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 oh target bitte den da neben dir komm hier alle hoch nein nein ah kaputt äh da waren drei und die kamen hochgeklettert an den wänden und das war voll creepy und ich bin wieder hier äh grrrr okay also in der nächsten folge kämpfen wir uns wieder durch wir wissen jetzt ja die abkürzung gehen also durch das büro da zur moosfrau von der moosfrau aus zu der abkürzung in der küche von der abkürzung in der küche beim rattenkönig vorbei runterrutschen und dann sind wir schon fast da und dann stellen wir uns ein bisschen besser an und ähm versuchen nicht die drei auf einmal zu bekommen ich weiß aber nicht wo die zwei her kamen ich glaube die kamen von unten und das war halt wirklich komisch oh das müssen wir dann gucken also bis gleich